Ja Leute, es ist wieder soweit und zwar Structure Deck Time, denn wir haben hier das neue Structure Deck von Dark World. Und da muss ich sagen, da habe ich viele Erinnerungen, viel zu erzählen und deswegen würde ich nicht lang schnacken und würden das Ganze hier eben Stück für Stück aufmachen. Oh nein, oh nein, da waren wir schon kaputt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. So, hier haben wir die guten Stücke. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eins auf ganz entspannter Basis auf. Denn das Besondere an sich ist ja immer beim Structure Deck, denn wenn man sagt, ich will anfangen, will ein Deck bauen, ganz einfach. Holt euch doch ein Structure Deck, schon habt ihr ein komplettes Deck. So ungefähr in der Theorie. Natürlich kann unser Deck immer noch verstärken mit Karten, aber so die Theorie. Denn es ist ja im Puster Sets natürlich nicht oft immer so, dass komplette Decks drin sind. Heißt, ja, hier hat man den Support, hier hat man den Support und hier ist es halt so, ich mache das von unten auf. So, von unten auf, dann kommt man nämlich viel leicht an die Karten ran. So, und hier hat man halt die Besonderheit, dass man erstens immer die Karten kriegt, die halt eben hinten draufstehen. Aber ich zeige sie nicht, weil ich will hier Stück für Stück einmal durchgehen. Und das Coole ist natürlich, dass alles zu dem Deck passt. Weil hier geht es natürlich um Dark World. Wer hätte es gedacht, der Name sagt es ja irgendwie schon. Und wir öffnen das Ganze einfach mal hier. Und, oh je, erstmal hier richtig schön, richtig schön. Ja, wir haben hier viele neue Karten. Ich werde auf die neuen Karten aber ein bisschen eingehen natürlich. Selbstverständlich. Zunächst einmal, was verbinde ich mit Dark World? Naja, mit Dark World verbinde ich viel ziehen, viel ziehen, viel ziehen und viel Spezialbeschöne. Ja, ich muss sagen, Dark World ist sogar ein Deckthema, was wirklich sehr, sehr alt ist. Denn, ja, ich habe damit schon in der Schulzeit gespielt und das ist schon ziemlich, ziemlich lange her. Und ich verbinde damit auch Ultimate Rares, denn, ja, viele Dark World Karten in der Vergangenheit sind Ultimate Rare. Dementsprechend natürlich sehr, sehr nice. Ja, wir fangen an mit der neuen Karte. Ist quasi das neue Bossmonster, Oberkönig. Jedoch ist es nur eins der Bossmonster. Denn streng genommen gibt es jetzt ja quasi zwei neue Bossmonster. Ja, wir fangen einfach mal mit dieser Karte an. Die kann als Spezialbeschöne von Friedhof beschworen werden, indem man ein finsteres Weltmonster der Stufe 7 oder niedriger, das du kontrollierst, zurück auf die Hand gibst. Sehr nice. Heißt, wir recyceln hier quasi eben unsere Dark World Karten. Können sie wieder discarden. Denn allgemein, dieser Arcade basiert darauf, dass man Karten durch Effekte discardet. Ja, und so funktioniert das Ganze eben. Wichtig hier übrigens ist, dass es um Discarding geht. Das heißt, durch einen Karteneffekt, nicht durch Kosten. Sehr wichtiger Unterschied. Das heißt, wenn ihr halt eben Karten aktiviert, wo man mit Kosten was abwerfen muss, aktivieren sich die Effekte nicht. Das ist bei den Sagenhaften so, aber eben nicht bei der finsteren Welt so. Sehr wichtiger Unterschied. Und dementsprechend müssen die Karten auch unterschiedlich geschrieben werden, beziehungsweise müssen eben genau so geschrieben werden, dass es eben passt. Dass eben keine Kosten sind. Also das heißt, wir gehen in sehr schnell Spezialbeschöne, was sehr gut ist. Sehr interessant ist hier auch, dass man eben Level 8 nicht hochgeben kann. Ist natürlich eben sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht das andere Bossmonster hier quasi eben auf die Hand geben kann. Weil das ist eben Stufe 8. Heißt, passt natürlich sehr gut hier zum Deckthema. Weiter geht's. Du kannst deine Hand ein finsterer Weltmonster Stufe 5 oder höher von der Deck hinzufügen. Das ist, wenn sie durch einen Karteneffekt auf den Friedhof abgerufen wurde. Heißt, wir können hier eben die hochstufigen Monster suchen. Allgemein das Deckthema kann sehr viel ziehen, sehr viel suchen. Passt also auch hier perfekt wieder zum Deckthema. Aber noch etwas. Und zwar, falls ihr gerade durch einen Karteneffekt eines Gegners auf den Friedhof gelegt wird. Ja, das passiert manchmal. Denn man kann das hier indirekt machen durch eigene Karten. Dann haben die eigentlich immer noch stärkere Effekte meistens. Und zwar, falls das passieren würde, kannst du ein finsterer Weltmonster Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwamm von einem Deck oder Friedhof auf einer beliebigen Spielfeldseite Spezialbeschwamm. Sehr guter Effekt hier. Sieht auch sehr gut aus. Kommen wir gleich zur nächsten Karte und zur Ultraware. Sehr cool. Zur neuen Zauberkarte. Und die Zauberkarte hat es in sich. Ist ein bisschen gut gerade sogar. Gerade gegen Tier-Elements oder so. Und zwar wähle bis zu drei Karten in beliebigen Friedhöfen. Ah, ihr merkt schon. Verbanne sie. Und dann wirf ein Unterweltmonster ab. Ihr merkt, das Abwerfen sind hier keine Kosten, sondern Teil des Effekts. Dementsprechend aktivieren sich eben die finstere Weltkarten. Und ja, ich würde sagen, Diddy Crow in dreifacher Ausführung. Ziemlich gute Karte. Kann natürlich eben je nach Mieter natürlich unterschiedlich sein. Aber gerade aktuell gerade sehr gut. Und während dann der Mainphase, außen in den Spielzeugen, in dem sie gerade auf den Friedhof gelegt wurde. Das ist sehr schade. Aber sie kann nämlich noch mal so ein Friedhof. Und zwar, du kannst die Karte von einem Friedhof verbannen. Und dann einen anderen verbannten Unterweltmonster wählen. Füge sie dir Händ hinzu. Gute Karte ist halt nicht verkehrt. Gerade jetzt, also gerade jetzt ist sie wirklich eine nette Karte. Dann kommen wir jetzt zum Archiv der finsteren Welt. Und diese Karte verkörpert, glaube ich, alles, was finstere Welt ausmacht. Und sie verkörpert. Ziehen und Spezialbespüren. Nein. Aber während der Mainphase, du kannst eine finstere Weltkarte abwerfen. Und falls du dies tust, erhalten alle deiner Monster ATK in Höhe der Stufe mal 100. Auch hier wichtig, es sind keine Kosten. Die Aktivierung ist hier einfach während deiner Mainphase. Du aktivierst diesen Effekt. Der Gegner kann da darauf reagieren. Und dann Teil des Effekts kommt der Discard. Heißt, auch hier aktivieren sich eben die ganzen Effekte. Aber es geht noch weiter. Die Karte hat nämlich noch einen richtig guten Effekt. Und zwar, falls ein Monster, der Grundtyp Unterwäldler ist, durch den Effekt einer finsteren Weltkarte oder ein Karteneffekt eines Gegners von deiner Hand abgeworfen wird. Selbst während des Demestep. Krass, ne? Selbst während des Demesteps. Du kannst eine Karte abwerfen, dann ziehe zwei Karten. Auch hier, sie selber ist übrigens finstere Welt. Heißt, wenn wir ihren Effekt nutzen, eben um die ATK zu erhöhen, dann aktiviert sie ebenfalls ihr Effekt zum Ziehen. Heißt also, wir können einfach mit einem Monster auf dem Feld und ihr zwei Karten, also zwei finstere Welt, abwerfen. Die Effekte aktivieren sich. Und zusätzlich zwei Karten ziehen. Unglaublich starker Effekt. Unglaublich starker Effekt. Kommen wir zum neuen Bossmonster. Wie ich sagte, ein Fusionsmonster. Was es in sich hat, braucht natürlich den Drachenherrscher als Fusionsmaterial. Und ein finsteres Monster passt natürlich auch, wie gesagt, hier wieder perfekt eben zu den Arcgetypt. Und zwar, wenn der Gegner einen Monster-Effekt oder eine normale Zauber- oder Feinkarte aktiviert, dann kannst du das einfach so machen, dass der Effekt nicht annulliert wird, sondern er wird quasi zu den, also er wird zu den Effekt. Und zwar, dein Gegner, äh, dein Gegner wirft eine Karte ab. Das heißt, wir können hier zwar indirekt den Effekt annullieren, aber er wird nicht annulliert, sondern der Effekt wird umgewandelt. Ist sehr relevant, gerade eben, wenn Karten verschiedene Bedingungen haben. Zum Beispiel, diese Karte kann nur einmal pro Spielzug aktiviert werden. Wenn wir die Aktivierung annullieren würden, könnte er ja quasi noch eine aktivieren. Ähm, hier jetzt aber, der Effekt wird umgewandelt, bedeutet also, der Effekt ist weg. Und zusätzlich, falls diese Karte durch den Gegner auf den Friedhof gelegt wird, dann kannst du eben einen Drachenherrscher der finsteren Welt, ähm, der verbannt ist oder einen Friedhof befinden als Spezialbeschreibung beschwören. Und dann wirft jeder Spieler, äh, und dann wirft jeder Spieler mit einer, äh, mit einer Hand eine Karte ab. Ja, bedeutet also, hier aktivieren sich wieder die Effekte unglaublich gut. Also die Effekte, oft war es ja so ein Problem, dass man die Effekte halt nicht aktivieren kann, beziehungsweise eben durch Kosten das Ganze abgeworfen hat. Hier jetzt die ganzen neuen Karten harmonieren perfekt eben mit ihnen abgeteilt, muss ich wirklich sagen. Und natürlich die neue Fusionskarte. Und diese Fusionskarte, ähm, erstmal sieht die sehr hübsch aus und auch Ultraware, finde ich super. Wir haben hier einfach fünf Ultraware schon drin. Ähm, ist indirekt nicht mal nur für finstere Welt. Erstens, sie hat finster, äh, der finsteren Welt im Namen. Sehr gut, denn alle Karten, die finsteren, äh, finsteren Welt im Namen haben, sind suchbar. Super. Ähm, und sie sagt folgendes. Und während der Mainphase, Mainphase, wichtig, ähm, heißt man ganz, ganz rumspielen, indem man in der Standby-Phase quasi diese Karte zerstören würde. Denn sie ist eine Quick-Spell, heißt du kannst auch den gegnerischen Spielzug aktivieren. Das heißt, du setzt sie, gegnerischen Spielzug, aber kann eben dadurch aufgehalten werden, theoretisch. Und zwar, du darfst eben ein Fusionsmonster vom Typ Unterwäldler rufen. Heißt also, ist es nicht explizit finstere Welt, sondern wir können Unterwäldler rufen. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, welche Unterwälder, Fusionsmonster es alles gibt. Aber die Karte kann also theoretisch wirklich auch für Unterwälder allgemein genutzt werden. Und zwar, sie sagt folgendes. Ähm, du kannst nämlich eben eine Fusionsbeschwerung durchführen, ist eben die Fusionskarte, in dem du erwähnte Material von deinen Spielfeldseiter oder deinen Friedhof verbannst. Heißt, wir können hier von Friedhof fusionieren. Wie gesagt, ist allgemein für Unterwäldler. Aber, falls auf diese Art einen finsteren Weltmonster Fusionsmonster beschwörst, kannst du die Material auch von deiner Hand abwerfen. Heißt also, hier können wir von der Hand fusionieren dann. Und das Besondere ist halt, es wird abgeworfen. Bedeutet also, auch hier aktivieren sich wieder die Effekte. Passt halt wirklich so gut. Und noch was. Während deiner Mainphase, falls diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst diese Karte deiner Hand hinzufügen. Dann wirf ein finsteren Weltmonster ab. Du kannst jeden Effekt von ihr nur einer pro Spiel zu verwenden. Und dieser Zurück-Adding-Effekt von Friedhof ist unglaublich stark. Denn es gibt ja die Foolish-Karte für Zauber- und Feindkarten. Dann können wir sie eben in den Friedhof legen. Legen sie in den Friedhof und können sie selber wieder auf die Hand nehmen, indem wir eine abwerfen. Aktivieren dadurch wieder Effekte, weil beide Effekte gehen in selben Zug. Heißt, wir können sogar dann noch in diesen Zug fusionieren. Heißt, die Karte kümmert ihr euch auf einmal Spiele entdeckt, weil wir eben sie eben sowohl in den Friedhof legen können und sie dann eben zurück-adden können und sie dann noch benutzen können. Und zusätzlich ist sie eben suchbar. Unglaublich stark. Ja, dann kommen wir zum Torhüter, die nächste Karte. Da muss ich sagen, dass die Karte sehr interessant ist, denn hier steht folgendes, du kannst sie nur einmal pro Spiel zu spezialbeschwören. Und zwar, du kannst diese Karte abwerfen, füge dann ein Tor der finsteren Welt hinzu. Und hier steht explizit, diese Karte kannst du abwerfen. Das sind in diesem Fall Kosten, aber sie kann sich selbst nicht spezialbeschwören. Das ist ganz gut. Sie kann sich nämlich nur spezialbeschwören. Falls diese Karte verbannt wird und du eine finstere Weltkarte kontrollierst, kannst du gerade spezialbeschwören. Das heißt, die wird vom Friedhof spezialbeschwören. Nicht von der Hand, wie sonst eben so gut wie alle. Kommen wir zur nächsten Karte. Ja, das ist sicher die nächste Karte halt. Falls sie gerade durch einen Karteffekt auf den Friedhof abgeworfen wird, du kannst ein finster Weltmonster in Friedhof wählen, außer ihn und ihn spezialbeschwören. Wenn sie jetzt natürlich durch einen Karteffekt abgeworfen wurde, dann kannst du auch einer deiner verbannten Monster wählen oder sich in der Hand befindet. Als Spezialbeschwörung, auch beliebiger Spiel für seine Spezialbeschwörung. Heißt also, von Friedhof Spezialbeschwören ist ganz nett. Ist eben ein netter Support. Let's go. Dann haben wir noch eine neue Konterfalle. Ey, krass, super rare. Ich mag das wirklich sehr. Haben wir eine neue Konterfalle und die hat es natürlich in sich. Konterfalle, Spells B3, sehr wichtig. Und die Karte hat es natürlich in sich. Wenn ein oder mehr Monster als normale Spezialbeschwörungen beschworen werden, du kannst die Beschwörung annullieren. Und falls du dies tust, zerstöre jene Monster, dann wirf ein Unterweltmonster ab. Das heißt, Annullierung der Beschwörung, sehr nice. Discarding, sehr nice. Also super gut. Passt natürlich wieder perfekt hier ins Deck. Falls ein oder mehr Finster Weltmonster, die du kontrollierst, Durchkampf und der Karteffekt deines Gegners zerstört werden, kannst du stattdessen diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Heißt auch noch Protection, super starker Support. Und jetzt kommen wir zu den Karten, die eben bereits existieren. Also nicht neue Karten, Supportkarten, sondern eben alte Karten, die man schon bereits kennt. Aber natürlich passend zum Deck. Wir haben hier Finstere Welt, Finstere Welt, Finstere Welt. Hier die typischen, die sich eben Spezialbeschwören. Man kennt sie also auf jeden Fall. Er sorgt auch ebenfalls, dass man es wird sich diskarten kann. Man muss natürlich sagen, gerade, also ich muss wirklich sagen, diese neue Karte passt zum Deckthema perfekt. Also wirklich perfekt. Ja, dann Spezialbeschwörung. Ziehen, wie gesagt, ziehen, 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 ziehen. Ja, dann Stufe 4 oder niedriger. Heißt surgen. Wir haben jetzt Stufe, ich weiß gar nicht, war das Stufe, war das, was, was, welche Stufe war das nochmal? Das war Stufe 5 oder höher. Genau, passt perfekt. Stufe 4 oder niedriger, Stufe 5 oder höher. Passt perfekt. Ähm, zerstören. Zaubern, Fallen, Karten zerstören, Monster zerstören. Ähm, hier ist es ebenfalls, dass man eben dafür sorgen kann, dass man selber Karten abwirft. Äh, dann haben wir hier ein normales Monster einfach. Dark, normales Monster Dark. Bigfoot hier drin. Sehr neustes hier drin ist. Ähm, Donnervogel und Mottenmann und Sushiluku. Schade, dass hier Carmen drin ist. Ich hätte hier auch gerne nochmal Super Rare oder so gehabt, aber Sushiluku hier ebenfalls drin. Dann Dame der Wählklage ist hier auch drin. Sagenhafte Rabe. Und hier wollte ich nochmal nachlesen, ob das Kosten sind des Discards. Einfach pro Spielzug, du kannst eine bliebige Anzahl von Karten abwerfen und falls du dies tust, sind keine Kosten. Heißt auch hier würden eben die ganzen Finstere Welt aktivieren. Äh, Düsenjack passen natürlich. Friedhofseffekte, ne. Geschöpft in dunklen Welt. Beide ziehen eine Karte, beide Discard in die Karte. Absolut lustig. Natürlich extrem krass, wenn man eben das Mirror Match hat. Also wenn beide das gleiche Deck spielen. Weil die Finstere Welt dann ja noch stärkere Effekte haben. Von daher passt das natürlich. Neue Zauberkarte. Zugang ist, glaube ich, die Wiedergeburt, ne. Äh, ja genau. Ist die Wiedergeburtskarte fürs Deck. Dann haben wir gesetzte Karte auf den Spielfeldzerstörer. Jene gewählte Ziel. Äh, und wirf eine Karte ab. Also verdeckte Karten. Ins Grab hinabziehen. Ist eine starke Karte, ne. Brauchen wir nicht drüber reden. Kartenzerstörung, die ich glaube, in keinem Deck so effektiv ist wie in diesem. Wir haben einfach, nur als Beispiel. Wir haben das einfach auf der Hand, äh, so, äh, aktivieren. Kartenzerstörung. Äh, ziehen. Spezialbeschwören. Spezialbeschwören. Ist halt, äh, wirklich stark, ne. Dann können wir eben hiermit, äh, recyceln. Was auch gut ist. Äh, was war diese Karte eigentlich nochmal? Wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, falls du drei oder mehr Karten in deiner Hand hast, also mit dem 7-Step, kannst du einfach, wenn du Monster auf dem Spielfeld wählst, gib es auf die Hand zurück und falls du dies tust, wird der aktivierte Effekt, der Gegner wird dann zu viele Karte gehabt. Ach krass, ja, hier kann man Monster-Effekte umwandeln, eben, dass man selber eben diskartet. Ähm, sehr nötig. Ah, genau. Ah, guck, ähm, ich dachte gerade, die Karte wäre die Karte, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ähm, ja, äh, hier kannst du eben eine, äh, Karte wählen, also ungenutzt nur ein Monster im Friedhof deines Gegners. Werfe einen Monster-Effekt, falls du das Verband hast, gewährte Ziel. Ist gegen Trinklage gerade natürlich absolut stark. Geisterzersetzung, Virus, also, ich meine, welches Deck sollen wir sonst Virus zu spielen, ne? Ich meine, die sind alle stark. Die haben alle wirklich starke ATK. Dementsprechend passt das natürlich sehr gut hier, das Virus, da rein. Äh, dein Mischungs passt auch. Kräfteraum, Kräfteraum passt auch sehr gut. Man harmoniert hier sehr mit der Hand und mit dem Friedhof. Dementsprechend brauchen wir Spielfeld-Effekte natürlich per se nicht so. Kräfteraum passt perfekt hier rein. Dann haben wir Graf, braucht man eben für die Fusion und ist gut, weil er, wenn er abgeworfen wird, ach so, erstmal, er kann sich natürlich selbst spezial beschwören, aber ist ja auch eine bekannte Karte. Und, äh, wenn sie abgeworfen wird, kannst du eben eine Karte wählen. Jo, vom Gegner und zerstören. Snow, Sucher des Decks, ist halt, ist halt, ist halt einfach, ist einfach, einfach super, ne? Ähm, ja. Füge dann halt eine finstere Weltkarte von der Decke hinzu. Alles, alles. Die sucht alles. Also wirklich alles. Sucht auch das. Sucht auch, also es ist alles. Auch die Neuen. Also sie kann, also, Snow kann wirklich einfach alles. Sucht alles. Also wirklich tiptop. Und Tor der finsteren Welt. Die Drawer-Karte des Decks, ähm, die hier drin ist. Mir fällt sogar eins auf, dass hier keine Verlockung der Finsternis drin ist. Theoretisch passt das halt perfekt ins Deck, weil, ja, es ist alles Dark, äh, was will man mehr. Aber natürlich, ähm, der Discarding, also man hat keinen aktiven Discarding-Effekt. Dementsprechend, ähm, ja, okay. Ist klar, man will die halt discarden, verstehe ich schon. Ähm, übrigens hier kriegt man auch 300 Attikabus. Was übrigens krass ist, weil der Neue hat von sich aus schon 3000 Angriffspunkte. Das heißt, er hat 3300. Er hat mit Vielspell 3000. Das war immer so der Clou. Er selber hat nicht 3000, aber eben mit Vielspell hat er 3000. Ähm, er hat 3300. Ist natürlich nochmal ultra stärker. Äh, ist ja auch der Oberkönig. Und das ist nur der Drachenherrscher, ne? So kann man sich das natürlich erklären. Ähm, ja, Vielspell, Attikabus, ganz wichtig. Wie gesagt, Discarden und Ziehen ist halt viel besser. Beziehungsweise von Frito Verband. Finde ich übrigens auch sehr gut, daher, dass man eben jetzt mit den neuen Support-Karten auch damit arbeitet, dass man verbannte Karten sich zurückenden kann. Weil, ja, das fehlt in dem Denk natürlich noch. Jetzt haben wir das Ganze hier. Ist also perfekt hier drin. So, und das war's dann auch schon. Äh, das war das Ganze. Oh, jetzt haben wir natürlich ja alles durcheinander gemacht. Ich wollte auch mal eben hier im Schnelldurchlauf hier eben durchgehen. So, so. Achso, und natürlich dann hier noch, äh, Duel Links, let's go. Master Duel. Ey, das kenn ich gar nicht. Master Duel. Also Duel Links kennen wir ja schon lange, aber Master Duel sogar auch hier drin. Naja, macht ja, macht ja natürlich Sinn. Und Tactical Masters und Darkwing Structure Deck. Sehr nice. Also, natürlich mit drin, äh, viel Spell. Äh, doch, äh, viel Spell. Äh, viel Spell. Warum sag ich jetzt mal das Gleiche? Ich bin auch gerade irgendwie, äh, irgendwo anders. Ähm, wir haben ein Spielfeld hier drin. Ähm, wir haben hier einmal die neuen Sachen. Darkwing Blaster, Active Masters, Power of the Elements, Structure Deck. Dann, äh, äh, Combo Guide. Äh, wir haben hier, komm, wir gehen mal ein bisschen raus. Wir haben hier einen Combo Guide. Ähm, ja. Hier wird ja das Deck erklärt, was ich sogar gut finde, dass man eben das Deck hier erklärt bekommt. Hier haben wir nochmal die Liste. Und wir haben eben das Spielfeld hier, dass man zumindest auch ein Spielfeld hat. Finde ich aber ganz gut. Ähm, gerade eben für Einsteiger, die eben noch keine Spielmatte oder ähnliches haben. So, jetzt gehen wir nochmal hier in Stellendurchläufe durch das Deck durch. Wie gesagt, ja, jetzt habe ich jetzt so ein... Ja, das ist natürlich jetzt, ähm, wartet mal eben. Das ist natürlich jetzt nicht so smart, dass hier eben alles, ähm, nicht unbedingt richtig rum ist. So, perfekt Dark World, let's go Also, wir gehen das nochmal schnell durch Groß zum Ganzen Also was heißt groß zum Ganzen Ich finde es super, ich finde es super Ich verbinde halt wie gesagt mit Finstere Welt halt viel, Snow halt absolut Dreimal Snow Viel zu mächtig Und ich finde halt die neue Support-Karte auch Bro, ziehen ist natürlich Auch nice Spezialbeschwören Jetzt annullieren Friede Spezialbeschwören Sich selbst Spezialbeschwören Diddy Crone, fusionieren Natürlich das neue Fusionsmonster Was halt auch unglaublich stark ist Auch einfach, weil es ist ziemlich leicht beschwörbar Was super ist und zusätzlich Hilft es einfach, dass wir selber eben was Discern lassen durch den Gegner, also passt auch perfekt Ja, also super Daher und die neuen eben und nochmal Ja, auch Archive Ja, die Karte ist halt auch wirklich gut Aber zum Abschluss Ey, wir müssen natürlich das Bossmonster nach vorne packen Wir müssen das Bossmonster nach vorne packen So, da haben wir es Ähm Da ist das Structure Deck Ja, und das war jetzt der kleine Überblick Vielen Dank nochmal an Konami Dass ich eben das Structure Deck hier früher öffnen durfte Heißt, ihr habt hier das erste Mal eben die Structure Deck gesehen Oder vielleicht eben auf einen anderen der Kanälen Ähm, ich wünsche euch jetzt vor allen Dingen einen wunderschönen Tag Und natürlich wie immer viel Spaß bei Duellieren Ja, ich wünsche euch jetzt noch ein paar Mal